Ja, Christian Hommel, der sportliche Leiter, so sag ich es jetzt mal, der Isar Lusas ist noch bei mir. Vielen Dank für den Moment Zeit noch. Christian, es gibt heute eine Menge Neuigkeiten zu berichten. Zum einen die Kooperation mit Bietigheim und Herne ist heute dann verkündet worden. Kannst du mal so ein bisschen erläutern, wie ihr das in den kommenden Wochen und Monaten dann auch leben wollt? Ja, danke, dass ich da sein darf. Immer gerne. Ja, uns war wichtig, dass wir jetzt wirklich mit der Oberliga und der DL2 einen Partner finden. Und unserer Meinung nach haben wir die perfekte Lösung gefunden. Herne natürlich mit guter Struktur und auch im letzten Jahr gesehen sehr erfolgreich gespielt. Mit Bietigheim, absolut ein Top-Klub aus der zweiten Liga, mit einem guten Coaching-Staff. Aber auch das Drumherum gefällt uns sehr, sehr gut. Und bei uns allen dreien besteht im Endeffekt dieselbe Philosophie und wir denken halt gleich. Und ich denke, dass uns das über den Long Run im Endeffekt helfen wird. Ihr habt viele, viele junge Spieler jetzt in den letzten Wochen schon verpflichtet. Zwei neue sind auch noch dazu gekommen heute mit Tim Fleischer und Erik Buschmann. Vielleicht kannst du mal erzählen, was diese beiden Spieler auszeichnen oder ob du sie gerne in deinem Team haben möchtest. Punktuell gesehen, beide besitzen eine absolute Basis. Beide sind charakterlich einwandfrei, sind coachable, wollen im Endeffekt Profi werden. Und sind aber auch rein vom Hockey her, besitzt jeder ein Attribut, wo wir sagen, okay, da können wir darauf aufbauen. Und ich erhoffe mir viel von allen unseren Jungs, die wir verpflichtet haben. Ihr habt jetzt so eine gewisse Durchlässigkeit auch geschaffen damit. Ihr werdet spätestens nach der Saisonvorbereitung auch die Spieler dann entsprechend, ich sag mal, einteilen. Herne Oberliga, BTK im DL2 oder auch dann hier im Kader der Rufthaus bei der DL. Wie wichtig ist das auch für die jungen Spieler jetzt bei der Überzeugungsarbeit gewesen, dass ihr sagen konntet, bei uns habt ihr wirklich die Chance, euch zu entwickeln und könnt dort auch wirklich spielen und nicht nur auf der Bank sitzen, wo gerade euer Level ist? Ja gut, wir schaffen erstmal eine Plattform für die Jungs. Es gibt halt einen Kooperationspartner in der DL2, es gibt einen Partner in der Oberliga. Und wir möchten einfach jedem irgendwo den Weg ebnen, irgendwann mal Geld oder viel Geld auch mit Eishockey zu verdienen, dass sie sich langfristig in einer Liga etablieren. Und das schaffe ich aber nur, indem ich wirklich Kooperationen habe, wo alle gleich denken und die Jungs ihre Eiszeit bekommen. Und ich denke, dass egal wer es ist, jeder hat seine Chance bei uns, keiner wird in irgendeine Truhe gesteckt, sondern wir entscheiden dann nach der Vorbereitung, wer wo zum Zuge kommt, je nach seinem Leistungsstand. Und ich denke, dass diesen Leuten das über die nächsten Jahre helfen wird hier in Iserlohn und dass wir auch eine Organisation sind, wo man jetzt nicht mehr sagt, wir sind Kanada 1C oder sowas, sondern wir wollen wirklich auch jungen Burschen helfen, Fuß zu fassen im Profi-Hockey. Wenn man jetzt mal die ganzen letzten Wochen, Monate so ein bisschen zurückblickt, das war ja alles schon sehr aufregend hier auch im Salahsee. Zum Ende der letzten Saison, die Stimmung war, sagen wir es ganz ehrlich, wenn es noch Stimmung war, die war ziemlich im Keller. Ihr habt jetzt unheimlich viel auch vorangebracht. Ich für mich stelle fest, dass die Leute draußen auf der Straße das sehr wohlwollend begleiten und auch viel Zuspruch da schon kommt. Wie nimmst du das wahr? Ja, die Stimmung war bescheiden, natürlich, aber auch nicht ohne Grund. Ich möchte persönlich auch nicht mehr darauf eingehen, weil es ist die Vergangenheit. Wir haben nach der Saison eine Marschroute bekannt gegeben und ich denke, man sieht, dass wir den einen oder anderen Schneeball auch schon ins Rollen gebracht haben. Wir haben einen Goalie-Coach verpflichtet, wir haben einen Athletic-Coach, zwölf Monate unter Vertrag. Und wir haben auch hier jetzt, wie gesagt, den jungen Leuten eine Plattform geschaffen. Ja, die Stimmung ist gut. Fakt ist aber auch, dass wir uns nicht nochmal so eine Saison im Endeffekt so leisten können, wie wir sie letztes Jahr abgeliefert haben. Wir haben gelernt, wir wollen Sachen besser umsetzen. Und ich bin sehr, sehr positiv gestimmt mit den Jungs, die wir haben, dass wir da auch unseren Zuschauern weniger Bauchschmerzen im Endeffekt mit nach Hause geben als im letzten Jahr. Der Kader ist jetzt mittlerweile schon ziemlich gut gefüllt. Wie viele Plätze möchtest du jetzt noch vergeben bis zum Saisonstart? Und in Anführungszeichen, wie viele Kontingentstellen sind noch sozusagen zu vergeben bis zum Start? Ja, wir haben ja noch ein paar Karten frei. Und wir sind mit Sicherheit auch noch in Gesprächen mit dem einen oder anderen U23-Spieler. Aber was am Ende unterm Strich bei rumkommt, momentan können wir antreten. Da sind wir schon gut gefüllt. Was aber jetzt über den Sommer noch kommt, das steht in den Sternen. Du hast im April, warst glaube ich, auch noch bei der U18-WM mitgewirkt als Co-Trainer. Mit einem ehemaligen Spieler auch aus der Isalona-Zeit, mit Frank Fischöder zusammen. Ihr seid aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, ist das so ein bisschen so ein lachendes und weinendes Auge, dass du da jetzt Abschied nehmen musstest? Ja, absolut. Also der DB hat mir persönlich da auch eine Plattform geboten, wo ich mich international weiterentwickeln konnte. Ich habe da eine hervorragende Zeit gehabt, sei es bei der U17, wie aber auch bei der U18 mit Frankie zusammen und mit Tom Schädler auch im Coaching-Staff. Das Ganze drumherum. Ich habe eine Entwicklung gesehen, auch beim Deutschen Eishockey-Bund. Das war vor drei, vier Jahren auch noch ganz anders. Ja, ich bin einfach dankbar, dass ich die Chance damals hatte. Und ich finde es natürlich umso schöner, dass wir jetzt auch dort bei der WM uns mit einer Goldmedaille belohnt haben. Aber das hat, wie gesagt, auch viel Arbeit gekostet. Und natürlich weine ich dem ein bisschen hinterher, dass dem nicht mehr so ist. Aber ich nehme halt meine neue Aufgabe jetzt auch an und freue mich da auch auf hoffentlich viele positive, erfolgreiche Jahre. Letzte Saison warst du ja auch im Trainerstab hier. Jetzt ist ja auch noch die Position des Co-Trainers zu besetzen. Wie ist da dein Anforderungsprofil gemeinsam mit Jason Oliwi vermutlich erstellt? Ja, da müsste ich jetzt weiter ausholen im Endeffekt. Aber diese Position ist noch offen und die wird auch besetzt werden und die wird dann auch irgendwann zeitnah bekannt gegeben. Ja, abschließend vielleicht noch. Ihr habt schon ein Testspiel gegen Düsseldorf ist bekannt und ein Turnier in Holland. Werdet ihr noch weitere Turniere spielen? Geht da eher der Trend hin oder ist es dann vielleicht doch eher so, dass man sagt, wir machen einzelne Spiele an Wochenenden oder wie auch immer? Ja, unser Programm ist ja draußen. Wir haben dieses eine Turnier, wie gesagt, in Holland, wo ich mich darauf freue, wo die Jungs dann zusammenkommen. Was auch ein bisschen Teambuilding natürlich sein wird. Die vereinzelt Spiele, die wir haben. Und wie gesagt, eventuell kriegen wir noch hin, dass wir vielleicht ein Spiel mit unserem Kooperationspartner gestalten. Aber das wird dann auch zeitnah bekannt gegeben. Es gibt immer verschiedene Philosophien von Vorbereitung. Ich weiß, dass der ein oder andere Trainer gerne maximal drei bis vier Spiele machen möchte. Und dann am besten gegen Teams, die nur aus dem Ausland da sind. Aber es gibt dann auch welche, die sagen, ich brauche sechs, sieben, acht. Wir haben jetzt mit unserem Coaching-Staff im Endeffekt einen guten Mix gefunden. Und alle sind zufrieden mit dem, was wir bis jetzt auf die Beine gestellt haben. Ihr habt eine Kooperation eingegangen mit B2B-Performance, heißen die, glaube ich. Ist das jetzt auch eine Geschichte, wo die jungen Spieler jetzt gerade auch über den Sommer schon sozusagen noch intensiver durch vorbereitet werden, auch im Bereich Athletik? Auf jeden Fall. Die sind auch in Kontakt mit unseren Importspielern. Aber unsere jungen Burschen über zwölf Monate mit Verträgen auszustatten, ist uns essentiell wichtig, weil anders geht es nicht. Ich kann nicht von einem jungen Burschen im Sommer verlangen, dass er am 1. August fit ist. Und ich kümmere mich nicht um die Jungs. Und ich denke, dass das in den kommenden Jahren sowieso ein ganz großes Thema sein wird. Wir sehen, dass da an Verpflichtungen einiges getätigt wird von den Vereinen. Wie in der DL, wie aber auch DL 2. Wie sehen jetzt deine kommenden Wochen aus bis zum Saisonstart? Wirst du vielleicht auch mal jetzt nach diesem ganzen letzten Stress hier im Monat auch mal so ein bisschen Zeit haben, wieder durchzuatmen? Vielleicht auch mal drei Tage freizumachen? Ja, vereinzelt. Also große Sprünge werden wir diesen Sommer nicht machen. Es gibt natürlich auch noch Arbeit für mich. Es kommt mir nicht zugeflogen. Das heißt, wie wir sehen, der große Stamm der Mannschaft steht. Das heißt, es gibt mir ein bisschen mehr Luft da auch wieder an anderen Stellen, mich da auch weiterzuentwickeln. Denn auch ich bin ja der Rookie. Von daher ist auch noch viel Arbeit. Aber ich nehme das mit Kusshand an. Es macht Spaß. Und ja, vereinzelte Tage werde ich da mal mit meiner Frau und meinen Kindern genießen dürfen. Dann sage ich bis hier erst mal vielen Dank. Vielen Dank.